Lina Larissa Strahl hatte allen Grund zu feiern. Der Bibi und Tina-Star zelebrierte am 15. Dezember ihren 21. Geburtstag. Und natürlich ließ sich die Ego-Sängerin auch gebührend feiern, wie sie auf Instagram zeigte. Zu ihrem süßen Pic schrieb Lina, 21 verrückte Jahre! Ich hatte gestern so einen tollen Tag und Abend mit Freunden und Familie. Es war die bestmögliche Zeit. Wie ausgelassen die Stimmung war, zeigt die bessere Hälfte von Tilman Pörzgen auch in ihrer Insta-Story. Prominente Grüße erhielt Lina auch von dem The Lodge Co-Star Mia Jenkins. Die Schauspielerin gratulierte mit den Worten, liebe dich! Die Britin und die Wahl-Hamburgerin kennen sich seit der zweiten Staffel der englischsprachigen Jugend-Dramedy The Lodge des Disney Channels. Hier standen sie bereits gemeinsam vor der Kamera. Auch wir wünschen nachträglich nochmal alles Gute zum Geburtstag, liebe Lina!